Wir sind heute hier vor der Germaringer Stadtbibliothek. Heute werden wir über Flüchtlinge reden. Ungarn wird am Dienstag, den 15.09.2015 den nationalen Notstand erklären. Dies bedeutet für die flüchtenden Menschen aus Syrien und anderen Kriegsgebieten, dass sie zukünftig nicht nur die Polizei erwartet, sondern auch das bewaffnete Militär. Welche Eskalationen sich daraus ergeben, ist noch nicht absehbar. Es ist aber zu befürchten, dass es zu einzelnen tödlichen Verletzungen kommen wird im Laufe der Geschehnisse. Naheliegend empfehlen wir daher den Flüchtlingen, den Kriegsflüchtlingen besonders, wenn sie die Möglichkeit haben, finden oder haben, würden wir Ihnen bitte bieten, durch Serbien, Kroatien und Slowenien zu reisen mit dem Zug oder den Busverbindungen. nach Österreich. Da sich aber auch derzeit die deutsche Regierung im nationalen Notstand befindet, wie in München, werden die Grenzen zu Österreich und Ungarn geschlossen, sondern es wird auch zu noch härteren Maßnahmen gegen Flüchtlinge, gegen Refugees kommen. Danke, dass Sie zugehört haben. Danke.